hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf rohkorti wir spielen heute wohl phase 2 und mit dabei ist kai leute wir sind heute als medic unterwegs und spielen lazarus wer auch immer das ist lazarus jetzt am anfang noch so richtig keine ahnung vom spiel haben und ich wette so ab part 10 sind wir so die auf jeden fall sagen die götter vom moment okay in 30 sekunden geht's los genau mit dem ich spiele es wir haben k-bot ok kai wieder als jack war ja klar ja was auch sonst und markov was hat natürlich alles so für waffen den scharfschützengewehr lazarus gerät ok persönliche tarnung kann sie unsichtbar machen nice und heilungsstoß gut dass du dir fähigkeiten erst jetzt durch liest ja warum nicht das reicht doch vielleicht ist man die sich durch die man den champion pickt oder so ein alter hase wie ich der ist ja schon voll profi die wolf der spielt jeden klar jeden blind mit ja mit nur einer hand mit einer hand und verbundenen maus und controller ja und ohne pc jetzt einfach so am schreibtisch ich dachte parnelli hätte dir verboten den handschuh an monstern zu testen ich bin schon wieder so klein ja du bist mir so ein kleiner typ hat eigentlich so ein heisenberg oder guck mal hier rüber nach rechts heisenberg oder so ich habe welche betten nie gesehen leider kann man sich auf jeden fall geben das einzige was ich finde ist diese stände und familien gelaber man klar gehört dazu aber es ist echt nervig auf der dauer was so ich weiß also gut du weißt jetzt gar nicht wovon ich rede nehme ich an nee ich kenne nur heisenberg der kochte irgendwie crystal meth oder sowas und dann war es auch schon vielleicht ja halt so krebs und dann ist seine frau die heißt geiler meine spoiler 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 naja das war schon ab der ersten folge also okay und dann heute hat immer so rum und das klar dazu was ich finde es cooler wenn er die ganzen leute gilt aber das macht er auch und das der richtige stiert und bestimmt am bad haben wir schon das monster ich jetzt gesehen dahinten ach wir wollen es wieder an hello my friends what is up in this down okay nice muss das gefangen erst mal anders war ich kann auch heilen ich spiele auch mit gamepad das ist voll schwer ja ich spiele es auch wieder mit kastatur hat irgendwie dumm das was haben wir noch nicht gespielt das ist glaube ich neu ich weiß gar nicht wie ich heilen kann äh moment zwei und komm ich kann ich denn heilen überhaupt da hinten wir müssen ihm helfen erstmal muss ich die monster wieder diesen elektroschocker hier rein drücken ah hilfe oh ich bin wieder fast tot und er macht er macht so ein feld er macht so ein feld betf ich check das hier gar nicht ich bin tot ich bin tot ich bin tot alle ich spawne wieder aber der hat ganz wenig leben bloß stimmt ich verstehe gar nicht was ist denn seine waffe behauptet ach so wenn einer tot ist dann kann ich das wieder machen oder so gesundheit können wir kurz und behelfen klar ich tage nämlich einfach hier zack wiederbelebt jawohl so muss das der ist weg wenn ich hier meine vier drücke dann bin ich extrem schnell da vorne ist ja wo wo da vorne benutzen voice chat und zwar nicht doch keiner nein hat man ich muss gedrücken ja ich verstehe ob mein pc dann müsste es ja eigentlich locker schaffen das spiel so ne aber jetzt schon wieder so ein loch in der map mit gleich seiner verbindung oder so das kann gut sein weil anders kann ich nicht erklären das ist ja so ein richtiger nasa pc ich glaube auch wo ist dieses monster überhaupt dahinten ist wieder völlig aus dem auge verloren dahinten ansnipern ist der fett holy shit da verliert nach aber lange fuck es ist ja bei mir ja natürlich ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe die rüstung richtig runter gehauen komm schon jetzt weiter geht's diese dinger zielen immer auf diese ecke ein stoß er hat nicht mehr viel leben für das unser erster sieg werden ich bin so aufgeregt ich halte ihn wieder fest ich halte ihn fest nice 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 heilungsstoß boah volltreffer ich weiß nicht ob das gut ist er ist weg doch nicht er ist bei dir oh ich brauche heilung ich brauche heilung okay das ding ist er läuft ja nicht weg die anderen sind immer weggelaufen die andere monster oh ich habe wiederbelebt nice bam du lebst wieder weiter geht's oh 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 komm schon komm schon rauf 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 was für ein auge nice 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 wiederbeleben ich kann nicht wiederbeleben egal los rauf 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 egal wir haben den gleich wir haben den gleich wir müssen das wieder so machen unsere erste runde profis nice na guck mal jetzt sieht man noch mal ganz schön wie das hier so ja das kriegen wir abgelaufen ist richtig sachen da moment okay da tot dann ist es weggelaufen dann wie hinterher dann da hinten hat es sich dann irgendwie gestärkt dann da tot dann rauf dann wieder tot dann wieder wiederbelebt dann tot dann gewonnen nice so wie geht's jetzt weiter hier ich hänge hier irgendwie fest enter nee hallo ich möchte ja meine punkte sehen warum geht's nicht weiter herausforderung achso nee jetzt sucht er wieder was das ist aber nicht richtig wir müssen raus wieso zweite runde wie zweite runde gleich hinterher oder was ja das war jetzt okay dann kommt die eine special folge ja weil wir den sieg gefeiert haben genau gleich die nächste runde hinterher ohne cut alles sofort zack fertig ich glaube die runde die map kenne ich noch gar nicht wetterstation nee die sagt mir auch nichts sieht ja ganz cool aus so ein bisschen zumindest mal gucken welche klasse wir bekommen ach oh ich bin schon wieder was bin ich denn jetzt äh oh ich bin assault nice oh komm schon okay was ist das jetzt jetzt können wir wieder warten zehn sekunden ja dann geht's sofort weiter ja das ist ja kein problem so drei zwei eins und jetzt bin ich support warten was soll denn das ich glaube das wird ja nichts mit der zweiten runde ich will immer wieder rausgehen jetzt nochmal eine wetterstation na würde es etwas vielleicht jetzt jetzt und gut jetzt kann ich endlich den hier mal spielen assault oh das ist nice dann spielen wir ist jetzt los nee panel nee hüte height was macht der denn so flammenwerfer minigun oh da hältst du doch gut ein flammenwerfer gucken raubtier ich hab keine silberkies mehr was für silberkies alles ist nicht silberkies wo man halt diese diese specials mitkaufen können ach so keine ahnung ich dachte es heißt silberkies na gut diga nehmen wir mal den raubtier skin annehmen ah ja verbesserte schnelligkeit dass du kannst nice dann sind wir hier noch raketenmeister rein und raketenkönig hast du raketenmeister schon auf 3 ja gut ich nehme mich doch nice ich hab eigentlich das was ich picke immer auf 3 hochgeputscht sehr schön wen hast du denn da gewünschen ich hab ich hab mal neun probiert da war irgendwie so ein symbol das sah für mich aus ob der irgendwie auf der karte besonders gut geeignet ist oder so dann hab ich ihn einfach mal genommen man muss ja auch mal auf neun sein ah ja genau das war ja dass ich das doch mal von dir höre wo du jetzt schon drei runden jack gespielt hast aber ich glaube ich balle den auch der ist echt richtig cool also ich finde der mal spaß und das ist auch der einzige champion den ich bisher probiert habe aber okay vielleicht so vielleicht können wir auch mal das monster spielen könnte man dann höchstens machen wenn man alleine spielt oder weil das ist sonst ein bisschen blöd oder dann kann ich ja schlecht verraten wenn man gerade rumläuten was man macht ja oder halt irgendwie so von wegen 5 leute dass man das halt aus zwei sichten hochlägt also dass man halt mit so ein also mit vier leuten jäger und einer noch das monster dann halt aus zwei sichten weißt du ich mein mhm das könnte man ja auch nochmal machen genau du hast schon gejagt als ich noch in die windeln geschissen hab was hältst du von diesen wiestern jedes beutet hier ist andersheit aber diese kreaturen sind schlauer und gefährlicher als alles dem ich bisher begegnet bin gefährlicher als das eine mal wo du mit dem orion pterosaurus gekämpft hast ich hab dir doch schon gesagt das war nur ein cartoon ha 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 hier bist du der dicker ne ein cartoon ja du bist der alte knacker hier ne genau nice monster hat vögel aufgeschreckt ach das schon unterwegs ok monster ok dann ab gehts und runter habe ich auch jetzt werden hier die dicken geschütze aufgefahren klein treibstoff mehr eben noch kurz gucken was ich noch dabei habe ich habe noch ein paar andere sachen dazu eine mine durch noch giftgranate doch und so ein schild oder so was hier ist es unten wo ist es denn wo ist es denn ich sehe es auch nicht es muss hier irgendwo sein jetzt greift mich hier so war dann wo ist er denn wo ist er noch hier unten läuft irgendwo rum da ist da ist es auch dass ich jetzt eine karte das gleiche man sich im letzten mal oder ja ich möchte mal ein paar paketen stimme im flammenwerfer direkt in dem drinnen auch ich wurde reingezogen irgendwas er kriegt voll viel schaden von mir oder auch generell der ist ja schon mal ziemlich geschwächt er kann ja gar nicht jetzt kommt die minigun raus ich glaube bei ihm leckt es halt übel oder er hat einen ziemlich schlechten pc das ist doch gut für uns also ich hab das ja auch im alten pc gespielt oh hier geht es ja runter das wasser da hat es echt übel geleckt ja ich glaube ihr wohlfahrt eine relativ hohe anforderung ich weiß gar nicht also bei mir geht es mir nebenbei auf und alles ja klar bei mir läuft es ja auch jetzt auf ultra hd aber auf dem alten pc der war ja schon etwas älter es kommt einfach nicht weg doch jetzt schon ich habe kein drückleid mehr ich komme nicht mehr hoch ich schon hier ab geht's da hinten ist es schießt noch weiter an da meint er ist ein bisschen langsam der gute heid oder hüde oh fuck alter was denn wird einfach direkt angegriffen von diesen monstern oh er hat uns getrickst ist er unten bei dir ich wäre von diesen monstern angegriffen ach so er ist halt nicht er verrägt jetzt da unten an den kleinen piechern jetzt zu monstern wie gerade meine sprunghöhe verbessert und 500 ja nice rette deinen teamkameraden er ist wieder vorgerannt das monstern kommt man hier drin beim typen ach so da ist tot kann man nichts machen also das monster ist ja ich schon wieder ja so richtig stark ist er nicht wie kann ich denn diese gruppe was so die ist schon das steht schon ja also kann ich ja nicht wie alle errichten oder nur irgendwie ein bestimmter keine ahnung das kann glaube ich nur eine klasse so zack isis down jetzt gleich vielleicht jawohl easy going easy going easy easy hat man das gehört easy hat man nicht da noch schade ja jetzt sieht man hier die punkte stufe 3 nice und eine belohnung bekommen ein emblem das sieht cool aus besser als so ein dämliches grünes dreieck das freut mich das freut mich gewoll ja dann danke fürs zuschauen lasst eine wertung da und dann sehen wir uns beim nächsten mal haut rein tschüss 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 Vielen Dank.